RANSTART erklärt Personalvermittlung Das ist Tom. Er ist Ingenieur und möchte beruflich aufsteigen. Deswegen hält er Ausschau nach einem passenden Job. Jetzt heißt es, den Arbeitsmarkt nach guten Stellenangeboten durchforsten, die ausgewählten Arbeitgeber anschreiben, auf eine Einladung hoffen und sich Zeit für die Bewerbungsgespräche nehmen. Ganz schön zeitaufwendig. Zumal sich in den Bewerbungsgesprächen oft herausstellt, dass die Jobs Toms Erwartungen nicht erfüllen oder schlichtweg nicht zu ihm passen. Gut, dass seine Freundin Katja da ratweiß. Sie hat ihren Traumjob im Nu gefunden und arbeitet jetzt als Marketingchefin in einem großen Unternehmen. Zu ihrem Job kam Katja über eine Personalvermittlung. Die führt einen Arbeitgeber und einen Kandidaten für ein direktes Arbeitsverhältnis zusammen. Klar, dass das nicht auf gut Glück geschieht. Der Personalvermittler sucht genau den passenden Kandidaten für genau die passende Ausschreibung. So werden die Ansprüche beider Seiten erfüllt. Und dafür braucht Tom sich nur einmal zu bewerben. Super! Der Personalvermittler hilft ihm dabei, seine Bewerbung zu optimieren und gibt ihm viele Tipps, mit denen Tom auf dem Arbeitsmarkt glänzt. Der kann seine Feierabende jetzt wieder genießen, während der Personalvermittler seine Anfragen danach sichtet, ob sie zu Tom passen. So schlägt Tom die Brücke zu zahlreichen Top-Unternehmen. Und das Beste? Er erreicht jetzt auch viele Jobs, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind. Schließlich sparen sich die Unternehmen viel Zeit, indem sie die Mitarbeitersuche den Personalvermittlern überlassen. Das alles ist für ihn als Bewerber natürlich kostenlos. Schon bald ist ein Job gefunden, der Toms Ansprüchen genügt und zu ihm passt. Ein wahrer Traumjob also. Deswegen wird er gleich Herrn Schmidt, dem Arbeitgeber, vorgestellt. Klasse! Herr Schmidt ist mir als zufrieden und bietet Tom einen Arbeitsvertrag an. Tom ist begeistert. Dank seinem Personalvermittler hat er blitzschnell zu seinem Traumjob gefunden. Jetzt steht seinem Aufstieg nichts mehr im Weg. Auch Herr Schmidt ist zufrieden. Er hat ohne die langwierige Suche seinen idealen Kandidaten gefunden. Klar, dass Tom ihm die Provision allemal wert ist. Die zahlt Herr Schmidt an den Personalvermittler für sein Engagement bei der zeitaufwendigen Suche und der Vorauswahl der Kandidaten, die seinen Anforderungen entsprechen. So hat Herr Schmidt sich viel Mühe und Zeit auf dem Weg zum idealen Mitarbeiter gespart. So hat Herr Schmidt sich viel Mühe und Zeit auf dem Weg zum idealen Mitarbeiter gespart.